Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 1. März. Für den Rosenmontagszug wird ein Pferdeverbot gefordert und in Mainz laufen die Planungen für den Firmenlauf. Das und mehr gibt es heute bei uns im Podcast. In Mainz hat eine Petition, die Ende Februar gestartet wurde, erneut die Diskussion um den Einsatz von Pferden beim Rosenmontagszug angefacht. Helena S. initiierte die Petition mit dem Ziel, Pferde beim Umzug zu verbieten und hat bereits 174 Unterstützer gefunden. Die Tierschutzorganisation PETA hatte bereits im Februar vor der Straßenfastnacht dazu aufgerufen, gegen die Nutzung von Pferden im Umzug zu protestieren. Drei Garden, die Mainzer Prinzengarde, die Mainzer Ranzengarde und die Fusiliergarde waren mit insgesamt 59 Pferden vertreten. Sie äußerten sich nicht direkt zur Petition, betonten aber, dass sie alles dafür tun, um Risiken für Tiere und Menschen zu minimieren. Trotz der Kritik sehen sie keinen Grund von der Tradition abzuweichen, da die Sicherheit durch Begleitung von Tierärzten und den Einsatz nur erfahrener Reiter und Pferde gewährleistet sei. Am Montagnagnachmittag ist ein Altsicher Schüler am Bahnhof West scheinbar schwer verletzt worden. Ein 15-Jähriger, ebenfalls aus Altsi, soll den jungen Mann attackiert haben. Der Angreifer schlug seinem Opfer dabei fünf bis sechs Mal ins Gesicht und fügte ihm blutende Verletzungen zu, wie die Polizei auf Anfrage bestätigt. Dabei erlitt das Opfer einen Kieferbruch, ein Loch in der Lippe und Schäden an den Zähnen. Insgesamt musste der 17-Jährige laut seinen Angehörigen neun Stunden lang in der Mainzer Notaufnahme verbringen. Die Hintergründe des Vorfalls sind noch unklar. Täter und Opfer sollen sich nach Polizeiangaben aber offenbar gekannt haben. Die Polizei wird die Tat nun in den nächsten Tagen und Wochen aufklären und wie üblich an die Staatsanwaltschaft übermitteln. Kriebelmücken sind nur zwei bis sechs Millimeter groß und ähneln harmlosen Stubenfliegen, doch ihre Stiche sind sehr unangenehm und können schnell gefährlich werden. Forscher der Goethe-Universität und des Senckenberg-Biodiversität- und Klimaforschungszentrums in Frankfurt kommen nun zu dem Schluss, dass die Insekten hierzulande bald deutlich häufiger vorkommen könnten. Ursache sei unter anderem der Klimawandel mit künftig höheren Temperaturen, durch den sich die Mücken zukünftig schneller entwickeln könnten. Untersucht hatten die Forscher, wie sich das Vorkommen der Insekten in Hessen, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Sachsen verändern könnte. Die Kriebelmücke raspelt die Haut des Opfers auf und trinkt dann das Blut aus der Wunde. Bisse von Kriebelmücken werden oft nicht bemerkt, können sich dann aber schnell entzünden, was bis zu einer Blutvergiftung führen kann. Am wichtigsten ist, nicht zu kratzen und die Wunde zu desinfizieren. Sollten infolge einer entzündeten Wunde Fieber auftreten, sollte man schnellstmöglich den Arzt aufsuchen. Im Oktober war der Wiesbadener Hauptbahnhof gesperrt, im Januar konnte der Mainzer Bahnhof für mehrere Stunden nicht betreten werden. Ein 15-jähriger Darmstädter wird nun verdächtigt, Amokläufe und Bombenanschläge unter anderem an den beiden Bahnhöfen, aber auch an einer sächsischen Schule in Freiberg sowie auf einen Weihnachtsmarkt im schwäbischen Göppingen telefonisch angedroht zu haben. Das teilte das Landeskriminalamt Hessen gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Darmstadt mit. Nun wurde die Wohnung des Jugendlichen durchsucht. Dort hat die Polizei laut eigener Angabe Mobiltelefone sowie mehrere Speichermedien sichergestellt. Die Datenträger sollen jetzt ausgewertet werden. Auf Anfrage teilt der Darmstädter Oberstaatsanwalt Robert Hartmann mit, dass die Staatsanwaltschaft dabei auch prüfe, ob der Jugendliche als Tatverdächtiger für weitere gleichgelagerte Taten in Betracht komme. In der Region hatte sich in den vergangenen Wochen und Monaten die Zahl der Drohinweise ungewöhnlich gehäuft. Für Bahnhöfe, aber auch für Schulen. Die Planungen zum diesjährigen Mainzer Firmenlauf haben begonnen. Der findet am 29. August statt und das bereits zum elften Mal. Man kann ja schon einmal damit anfangen, sich den Termin in den Kalender einzutragen und an die Kolleginnen und Kollegen im Betrieb weiterzugeben, sagt Ralf Niedermeier, Geschäftsführer des Veranstalters. Im vergangenen Jahr nahmen mehr als 8000 Teilnehmer am Laufteil, über 400 Unternehmen war am Start. Absoluter Spitzenreiter war im Vorjahr Biontech, die mit 579 Starterinnen und Startern unterwegs waren. Die Stadt Mainz belegte mit 373 Teilnehmern den zweiten Platz. Für dieses Jahr wollen die Veranstalter das nochmal toppen. Und auch ein bekanntes Gesicht ist wieder mit dabei. Oberbürgermeister Nino Hase zieht sich auch in diesem Jahr die Turnschuhe an und läuft mit durch die Mainzer Innenstadt. Alle weitere Nachrichten und Hintergründe findet ihr im Internet unter www.allgemeine-zeitung.de.